Wie seht ihr das denn? Guckt ihr gerne Facecams an? Also mögt ihr das, wenn in Spielen so eine Facecam oben ist? Oder ist euch das eigentlich egal? Hallo ihr großen und kleinen Träumer da draußen! Mein Name ist Damakasch und ich freue mich, dass du da bist. Heute zu Kaffee, Kommis und Gelaber. Kaffee habe ich, Kommis sind da, Gelaber kann losgehen. Auf geht's! Also ich blätter wieder so durch. Das, was mir ins Auge fällt, beantworte ich geschwind. Oder auch länger. Hey, wo hast du so ein schönes Pferd her? Hier geht es um das Träumertreffen, also um die Lach- und Sachgeschichten. Das ist ein Haflinger und die Haflinger gibt es in Veldale. Also ich habe den in Veldale. Es gibt auch welche aus der App. Aber das habe ich aus Veldale gekauft. Stina hat mir geschrieben, Dana, du kannst jetzt auch wieder das Ponyrennen machen. Habe ich tatsächlich auch gemacht, Stina, weil ich mache das auch total gerne. Und du schreibst auch, ich liebe das so sehr, aber du hast kein Pferd mit zum Leveln, beziehungsweise kein Pony wegen dem Ponyrennen. Ja, ich mag das auch. Ich freue mich immer, wenn ich ein Pony habe, weil das Ponyrennen mag ich. Ich mag die Musik beim Ponyrennen und das macht Spaß. Ich finde es auch ganz cool. Schade, dass es nur ein einziges Ponyrennen gibt. Dann direkt da drunter noch. Hi, Dama, ich schaue immer wieder gerne deine Streams an. Und dieses Mal wäre es auch ein super Stream gewesen. Aber ich habe Eisenseele leider fast nicht gehört. Er war sehr leise eingestellt. Das tut mir sehr leid. Das Problem ist, liebe N.M. Ich höre das selber nicht, wie sich das im Video anhört. Ich kann das immer nur am Balken ablesen. Und wenn von der Community kein, der es zu leise oder zu laut kommt, dann regle ich das immer nicht nach. Das ist immer schwieriger. Und du sagst, du hoffst, er streamt häufiger mit. Das macht er tatsächlich jeden Freitag streamen wir eigentlich zusammen. Schon eine ganze Zeit lang. Die Medusa hat mir geschrieben, ich habe jetzt auch Disney Infinity und finde es cool. Und du möchtest gerne wissen, wo man sich Möbel und Räume kauft. Medusa, das kannst du entweder auf dem Marktplatz vor dem Schloss machen, bei Onkel Dagobert, der da steht. Oder du gehst zum Beispiel einfach in deinen Innenbereich. Und wenn du irgendwas benutzen willst, was du noch nicht hast, steht da im Spielzeugladen. Wenn du da anklickst, geht der Spielzeugladen auf. Und da kann man dann Möbel kaufen. Das ist es ganz rechts. Und da steht dann auch immer, wie viel blaue Funken das kostet. Ich zeige das aber gerne nochmal. Dann aber erst nächste Woche, am Montag. Die Denise hat geschrieben, wegen den Nego-Friends-Spielen. Da gucke ich mal, Denise, wie das ist. Ob ich da was bekomme. Momentan habe ich noch so viele Spiele zu spielen. Aber ich behalte es auf alle Fälle im Hinterkopf. Und die Träumergrüße schreibe ich leider gar nicht mehr rein in die Videos, weil das mittlerweile zu viel geworden war. Da bin ich nicht hinterhergekommen. Ich freue mich aber, dass du Spaß hast an den Videos. Und wenn du Mario Kart mitspielen möchtest, momentan kündige ich das noch an über Instagram. Wann ich aufnehme. Und normalerweise war, sollte es gestern gewesen sein, dass ich das gemacht habe. Einfach bei Instagram hin und wieder reingucken. Du musst mir da auch gar nicht folgen, falls du kein Instagram hast. Und dann bekommst du das eigentlich mit. Aber da wartet sowieso bald noch eine Überraschung auf euch. Ohne Instagram. Und ich darf noch nicht genau verraten, was. Aber vielleicht, vielleicht bald hoffentlich. Hi Bolle, du hast mir empfohlen, dass es eine App gibt, die SSO Horse Names heißt. Und ich habe da geguckt. Ich habe das auf iOS nicht gefunden. Ich muss mal schauen, gibt es das fürs iPhone auch oder gibt es das wieder nur für Android? Weil ich habe eine gefunden, die gab es aber nur bei Android. Ich gucke aber noch mal, wenn die SSO Horse Names heißt. Ich schaue einfach mal. Ihr könnt ja mal unten reinschreiben, ob es so eine Pferdenamen-App auch gibt für Apple-Produkte. Lou und Frey haben sich gewünscht, ich möchte mir bitte ein Shia holen. Aber ich habe ja schon drei Urpferde. Also diese großen, ne? Das Grüne, das Pinke und das Blaue. Deswegen wird erst mal kein Shia einziehen. Also momentan noch nicht. Man soll ja niemals nie sagen, vielleicht kommt irgendwann mal eins. Aber im Augenblick habe ich da eigentlich nichts geplant. Ach so, und weil es ganz viele Kommentare gab, ne? Arg ist ausgefallen am Dienstag, weil ich das falsche Video hochgeladen hatte. Das tut mir sehr leid. Auch sowas schreibe ich dann immer kurz bei Insta rein und sage, oh Gott, ich habe da irgendwas versemmelt. Ich gelobe Besserung wirklich. Ich glaube, das ist mir jetzt das zweite Mal in vier Jahren YouTube passiert, dass ich das falsche Video irgendwie hochleite. Ich war aber auch echt verpeilt die letzten Tage. Ich gucke, dass das nicht nochmal vorkommt. Es tut mir sehr leid. Hi, Annalena, danke dir für deine vielen coolen Hinweise bei MySims. Das werde ich auf alle Fälle ausprobieren. Gerade das mit den wechselnden Optionen finde ich ganz, ganz cool zu wissen. Und mit dem Beste Freunde werden, das probiere ich auf alle Fälle aus. Ich danke dir sehr dafür. Sehr cool. Ich freue mich immer, wenn so Hinweise kommen, was ich irgendwie noch nicht weiß. Das ist immer super. Ich habe auf alle Fälle gut, gut alles verstanden. Ach so, und dann hast du noch gefragt, ob ich im Wald alle Wege frei machen kann. Ich versuche nächste Woche dran zu denken. Bitte, bitte, ich darf es nicht vergessen. Ich versuche es auf alle Fälle, Annalena. Danke dir auch, Reinhard, für den Tipp, wo die Wand ist. Also links die Stufen hoch und dann die Wand einreißen. Bei Disney Infinity war das, wo Rapunzel die Pferde gerettet hat. Ja, ich hoffe, ich finde das. Ich danke dir sehr. Laut der Erklärung finde ich es bestimmt. Ich hoffe es. Dankeschön. Horslauf fragt, ob das neue Ostwindspiel, was rauskommt, am 27. Juli auch fürs Handy gibt. Nein, gibt es leider nicht. Das wird ein PC-Spiel. Horslauf. Also das kannst du am Computer spielen dann. Die Anna schreibt, bei der Agro-Vogel-Arc-Folge, die ist echt sehr lustig gewesen. Also wir haben da echt immer ein Pech, ey. Solche Vögel gehören verboten. Ja, Anna, finde ich auch. Sehe ich auch so. Das war echt ein richtig mieser Vogel, ey. Marienkäfer, du wolltest wissen, wo man die roten Rosen findet. Ich glaube, die gibt es im Wald. Ich gucke aber nochmal. Ich meine, ich habe die im Wald gesehen. Ich glaube, da habe ich welche eingesammelt. Das sind Blüten an den Bäumen. Musst du mal gucken. Die Vanessa schreibt, 150 EP für das Pferd, für das lange Rennen. Das neue, dass das echt ein bisschen lang ist. Das finde ich auch, Vanessa. Gerade wenn du Pony levelst, was ich ja im Moment mache, dann dauert das schon. Also das ist so, puh. Aber ja, mein Gott, ne? Ja, kann man nicht ändern. Ach, und den Morab gibt es schon. Genau, das hast du mir geschrieben. Und ich glaube, das hat mir auch Erdbeerpanda geschrieben, dass es das gibt. Ja, siehste, die alten Modelle gucke ich immer nicht so. Guckt ihr noch gezielt nach den alten Modellen? Oder wisst ihr das, weil ihr die alten Modelle noch kennt? Erdbeerpanda hat geschrieben, wegen dem Rennen noch mal, wegen dem neuen Rennen. Du magst nicht so gern so das Hasenrennen-Zeug und so. Ich finde das eigentlich ganz okay. Also das Hasenrennen habe ich da tatsächlich, geht ja um einiges schneller als das neue Rennen jetzt. Also uns liegt eher auf dem Weg. Das ist was, was ich ein bisschen schade finde, dass das Rennen so ab vorm Schuss liegt. Das kann ich immer so schlecht auf meine normale Level-Route einbauen. Aber ja, mein Gott, ne? Dann macht man es mal und dann macht man es nicht. Ja, verschollen im Wald, als wir das Gruppenrennen gemacht haben. Das war sehr traurig. Mit dem Pony bin ich so langsam und dann, ja. Aber ich habe euch ja wiedergefunden. Und Amy hat dann noch geschrieben, das erste Bild, was es da als Monday-Funday gab, war das friesische Sportpferd. Echt? War das das Frieser? Kannst du mal sehen. Ich kriege... Ja, gut, dass du es hinschreibst. Und dass das zweite ein EV war, haben echt mehrere geschrieben. Das kommt, weil ich das graue EV, den Apfelschimmel, so selten gesehen habe, weil ich ja noch nicht nach Epona komme. Und dann sehe ich so eine... Die Pferde ist so selten... Ja. Und den Apfelschimmel morgen, den habe ich ja schon öfter gesehen. Der steht ja im Feargroove. Cookie schreibt, du kennst die Muppets, Cookie Beanie SM, sogar die Weihnachtsgeschichte davon. Das habe ich sogar mal zu Weihnachten von Milena bekommen, als DVD, weil ich die Muppets Weihnachtsgeschichte total toll finde. Feuer und Wasser, du wolltest wissen, ob es in Disney Infinity Figuren von Ratatouille gibt. Nein, gibt es leider nicht. Also es gibt... Ich glaube, es gibt Gegenstände aus Ratatouille. Das müsste ich aber nochmal gucken. Aber die beiden Ratten, die gibt es nicht. Lea Sophie fragt mich, was die schlimmste Krankheit ist, die ich jemals hatte. Die schlimmste Krankheit, die ich jemals hatte. Also ich war nie im Krankenhaus oder so. Das muss ich vielleicht dazu sagen. Und so richtig extrem krank war ich eigentlich. Mittelohrentzündung finde ich halt richtig schmerzhaft. Das tut so richtig, richtig weh. Was gebrochen hatte ich Gott sei Dank noch nie. Also ich würde sagen, Mittelohrentzündung war so das Schlimmste. Reinhard, wie kannst du denn der Viola so einen knallbunten Schrank kaufen? Die ist doch immer so traurig. Guck, und da war sie dann traurig vor lauter Traurigkeit. Du lässt dir auch Sachen einfallen. Sehr cool. Die Nati fragt, woher hast du die Stimmen? Die Internet oder vielleicht dein Mann? Nein, das macht Eisenseele. Das ist auch ein YouTuber, der macht das für mich. Oder manchmal schafft es auch Schneckball, die weiblichen Stimmen zu machen. Allerdings bin ich im Moment mit den Aufnahmen echt ein bisschen ins Hintertreffen geraten, dass jetzt die nächsten Folgen nicht synchronisiert sind. Nicht, weil Eisenseele das nicht geschafft hat, sondern weil ich das nicht auf die Kette gebracht habe, das alles vorzubereiten. Aber die Stimmen kommen dann wieder. Ich glaube, jetzt wird es erst mal irgendwie ein, zwei Wochen keine geben, so um den Dreh. Und dann geht es aber weiter mit der Synchronisation. Abo. Ja, ich spiele Mario Kart tatsächlich Freitag, Samstag und Sonntag. Aufnehmen tue ich das immer dann so die Tage vorher und das poste ich auch bei Instagram. Wenn du also mal Lust hast, gegen mich Rennen zu fahren, dann adde mich einfach im Nintendo Network. Das kannst du einfach über meine Nintendo Network-ID, die heißt auch Damakash, adde mich als Freund und dann guckst du bei Instagram. Da poste ich das auf jeden Fall. Die Christelle fragt, wie mache ich den Uploadplan? Ich bearbeite meine Videos alle mit Adobe Premiere. Damit mache ich das. Also das Bild vom Uploadplan, also so diese Montag, Dienstag, Mittwoch, den Kalender, den mache ich mir mit Gimp. Das habe ich mit Gimp gemacht. Da werden dann die Logos reingetüdelt und so. Und dass dann die Zeiten da durchlaufen oder die Schmetterlinge da rumfliegen und so weiter und so fort. Das mache ich alles mit Adobe Premiere. Rion, ich gucke mal, ob ich das Kinderzimmer von der kleinen Viola hochladen kann. Ich denke, da muss ich die ganze Wohnung hochladen. Ich weiß aber gar nicht, ob das bei Wohnungen überhaupt geht. Das muss ich tatsächlich ausprobieren. Übrigens sehr cool. Ich hatte gefragt, ob ihr schon mal gewebt habt. Die Lisa hat da geantwortet und Seppel und ganz, ganz viele andere haben das auch geantwortet. Ja, dass ihr so Taschen gewebt habt und so. Und genau das haben wir auch gemacht. So eine kleine, wie so ein Deckchen haben wir gemacht. Eins, was man dann so auf den Fernseher gelegt hat. Damals waren die Fernseher noch nicht so flach. Da kommt man da was raufstellen. Und dann so ein kleines Täschchen mit so einer Kordel dran. Das weiß ich noch. Sunny sagt, ich soll bei den Fahrzeugen nicht auf Geschwindigkeit, sondern auf Beschleunigung achten. Ich gucke mal. Danke, Sunny. Und es ist sich ganz, ganz auf Todd gewünscht worden. Von Sumi Schoko Cupcake. Von Puma hat sich Toadette gewünscht. Monster High Party Goal Honig Melonig Boy hat sich Todd gewünscht. Die Elena hat sich auch Todd gewünscht. Es haben sich ganz viele Todd gewünscht als nächsten Charakter. Und ich kann verraten, ab morgen dreht Todd sein Ründchen. Regie Jesse WTG ist Werken, Textiles, Gestalten, oder? Also, gibt es das noch? So richtig, so Werken und Textiles, Gestalten? Habt ihr das auch alle noch? Das ist ja cool. Das gab es früher nämlich auch schon. Stimmt, du hast natürlich recht, Erdbeerpanda, das nordschwedische Kaltblut gibt es auch noch. Das hatte ich total vergessen. Ja, weil die alten Modelle, die geraten ein bisschen dann ins Hintertreffen mit den neuen. Und ich bin schon sehr gespannt. Ich habe ja im Dino-Teil noch nicht so viel gequestet jetzt. Ich habe ja da erst angefangen. Und du hoffst, dass da die Story weitergeht. Ich bin mal gespannt. Also, ja, ich bin mal gespannt, was mich da jetzt noch erwarten wird. Ich werde jetzt die Tage auch mal ein paar Folgen hintereinander aufnehmen. Also wirklich mal so ein, so, ja, ich sag mal, Marathon-Questen betreiben. Und dann hoffe ich einfach, dass ich da auch ein bisschen vorankomme. Also, ja, ich freue mich drauf. Dino-Teil sind halt nicht so viele Leute immer unterwegs. Das habe ich schon von mehreren gehört, weil es da einfach nicht so viel gibt, außer Ruf. Und der soll wohl ziemlich ätzend zum Farmen sein. Regina, du fragst, ob ich das Geschenk öffnet habe. Ich öffne tatsächlich alle Geschenke bei Movie Star Planet. Ich mache sie halt nicht alle in Videos oder in Streams auf, weil das dafür zu viele sind. Aber ich mache sie alle auf und ich freue mich auch über alle. Und, guck mal, das schiebe ich gleich hinterher. Mehmet fragt, warum ich keine Facecam benutze. Benutze ich tatsächlich nur in irgendwelchen Horrorspielen und die streame ich auf Twitch und das auch nur sehr selten, weil ich das in anderen Spielen eher ätzend finde, so Facecam-Zeug. Wie seht ihr das denn? Guckt ihr gerne Facecams an? Also mögt ihr das, wenn in Spielen so eine Facecam oben ist oder ist euch das eigentlich egal? Weil ich finde es eher, mich persönlich stört es immer eher. Wenn du fragst, ob ich ARK streamen kann, Anna, ich weiß das noch gar nicht genau. Ich muss mal gucken. Ich muss mal schauen, weil ARK braucht der Rechner sehr viel Leistung. Und wenn ich dann gleichzeitig streame, dann zickt mein Rechner manchmal rum. Ich gucke mal, ob ich das irgendwie hinkriege. Ich kann es aber nicht versprechen, dass heute ARK kommt. Mal schauen. Also vielleicht streame ich auch einfach noch eine Runde My Sims, weil ich da auch gerne weiterkommen möchte. Ich weiß es wirklich noch nicht genau. Das entscheide ich echt immer spontan. Leni, du würdest gerne öfter Sims 4 sehen. Leider klappt es nicht, weil ich so viel Zeit nicht habe. Einmal die Woche, aber dafür ist es dann eine Stunde. Das ist ja wie vier normale Folgen eigentlich. Dafür ist es halt sehr, sehr lang, dann das Video. Genau, die Frage, wo Zelda ist, kam immer wieder mal auf. Julia hat gefragt und die Julina hat es schon beantwortet. Es gucken zu wenige Zelda. Ich habe, wenn ich Zelda gestreamt habe, die meisten von euch haben sich für das Spiel leider, 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 leider nicht so wirklich interessiert. Und dann habe ich gedacht, Mensch, dann zeige ich lieber ein Spiel, wo ihr Bock drauf habt und wo ich Bock drauf habe und dann spielen wir irgendwas anderes. Deswegen habe ich jetzt Reiders of Icarus angefangen. Und das finde ich ja mega cool, das Spiel. Ich hoffe von ganzem Herzen, ihr mögt es auch. Und Zelda spiele ich halt dann jetzt so für mich. Yoshi's Wall-E-World, Doreen, möchte ich auf alle Fälle noch gerne spielen. Also werde ich auch machen. Ich weiß nur noch nicht genau, wann. Ich weiß es noch nicht, weil noch ist Mario Kart, das ist jetzt die wievielte Folge, ich weiß das gar nicht genau. Ich muss mal sehen, Mario Kart läuft jetzt auf alle Fälle auch noch eine Weile. Das werde ich noch ein bisschen spielen und danach kommt dann das nächste Nintendo-Spiel sozusagen. Aber ob das dann Yoshi's Wall-E-World ist oder ob ich da vielleicht Splatoon nehme oder so, das kann ich leider noch nicht sagen. Oh, Foxy fragt, ob ich in dem Stream, ob ich, falls ich noch mal Zelda streame, ob ich dann Bescheid sagen kann. Foxy, ich würde das auf alle Fälle sagen. Ich weiß nur nicht genau, wo ich das dann sagen werde. Auf alle Fälle würde ich es ankündigen, weil kann natürlich sein, dass ich irgendwie sage, Mensch, mir ist gerade langweilig, ich will eh Zelda spielen, dann streame ich es. Das kann sein, dass sowas außer der Reihe kommt. Ich kündige das dann aber auf jeden Fall an, wahrscheinlich auf Instagram. Ich freue mich, Everyday MSP, dass das geklappt hat mit der Kammer und dass du, dass ich dir helfen konnte mit dem Video, dass du jetzt bei Monster High weiterkommst. Sehr cool, Dankeschön. Ah, und auch vielen Dank für die Erklärung. Ganz viele haben mir erklärt, wie das ist mit dem Kleinerbleiben, dass die, die ganz hinten sind, kürzer, kleiner sind, als die, die vorne sind bei Mario Kart. Das habe ich nämlich gefragt in der Folge, haben ganz viele geantwortet. Und vielen Dank für die Erklärung. Ihr helft mir bei den Spielen echt immer so gut weiter, das ist echt cool. Und Lilly Gänsehaut schreibt, ich finde dich echt lieb, Damakasch. Dankeschön, liebe Lilly. Ach siehst du, Erdbeerpanda, da kann ich dich doch gleich fragen. Du hattest das zwar in dem anderen Kombi, den ich schon beantwortet habe, schon geschrieben, dass du gewechselt hast. Wir haben uns ja am letzten Sonntag gesehen. Ich wollte mal fragen, bist du jetzt mit dem Wechsel zufrieden? Wie findest du das jetzt so auf Server 4? Ich meine, natürlich ist im Global da auch manchmal so Action on the road und so, aber im Großen und Ganzen finde, also ich mag Server 4 eigentlich. Ich finde das da hauptsächlich nett. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Auf ein ganz altes Video hat mir Nadine Pfeiler kommentiert, ne? Das ist Mass Effect, das ist so ein Rollenspiel im Weltall. Übrigens auch ein cooles Spiel und da hat sie mir erklärt, warum ich da nicht jedes Volk retten konnte und so. Und ja Nadine, ich schaffe es immer, ich habe es auch schon früher geschafft, in alten Videos grundsätzlich die Entscheidungen zu treffen, die dazu führen, dass ich es richtig schwer habe. Ich danke dir für deinen Kommentar auf jeden Fall. Hast du Mass Effect Andromeda gespielt und wenn ja, wie findest du das? Ich habe es nämlich noch nicht gespielt. Anibaldo, ich freue mich sehr für dich, dass du zu Weihnachten die Switch bekommst. Sehr cool. Emi, du möchtest gerne wissen, ob ich schon nach Golden Hills komme? Nein, ich bin Level 15, ich komme noch nicht hin. Ich werde jetzt einen kleinen Quest-Marathon demnächst machen und dann mal gucken, ob ich da hinkomme. Ein paar Quests stehen da noch aus. Mal schauen, vielleicht habe ich Glück, aber bisher komme ich auch noch nicht hin. Queen, du schreibst, ich muss driften, um besser um die Kurven zu kommen. Queen, ich habe das Driften schon probiert. Ich drifte dann immer gegen Wände. Ich bin dafür echt zu blöd. Victoria, Sims 4 kommt immer samstags im Livestream. Das Video kommt dann normalerweise am Sonntag raus. Leonie, du hast geschrieben, dass du vielleicht bald ein Pferd bekommst. Da freue ich mich sehr für dich. Und du hast mir geschrieben, dass du Filme auf MSP machst. Ich gucke mal, ob ich das schaffe, da reinzuschauen. Seppel, du hast gefragt, warum die MSP-Videos immer so kurz sind. Das ist tatsächlich eher spontan. Ich versuche die Videos immer so um die 10 Minuten, zwischen 10 und 15 Minuten zu machen. Manchmal sind sie etwas kürzer, manchmal sind sie etwas länger, aber das ist bei keinem Projekt irgendwie Absicht. Ja, das verstehe ich übrigens gut, dass du die Quest-Folgen nicht guckst, wenn du Level 14 bist. Wir sind dann ungefähr gleich weit. Verstehe ich sehr gut, damit du nicht weißt, was passiert und die Spannung nicht weg ist. Würde ich auch nicht machen. Mache ich tatsächlich auch nicht, aber du kannst ja die Lach- und Sach-Geschichten trotzdem gucken oder das Club-Tagebuch kannst du natürlich trotzdem gucken und so weiter und so fort. Also da, Kauf-Videos, ne, und solche Sachen. Nur die Quest-Folgen sind dann jetzt natürlich ein bisschen schwierig. Das stimmt, das verstehe ich sehr gut. Ja, Alisha, genau, Eisenseele redet die männlichen Geschlechter außer, wie gesagt, in den nächsten paar Folgen jetzt, weil ich das nicht schaffe, ihm das vernünftig zuzuschicken und so und weil das dann zu stressig ist. Aber dann redet er die bestimmt auch weiter. Eisenseele hat jetzt sozusagen eine kleine, einen kleinen Urlaub von mir bekommen, weil ich nicht so ganz hinterher komme mit dem Schneiden momentan. Marienkäfer-Brettspiele sind übrigens mega cool und machen richtig Spaß. Also, ich mag auch gern Kartenspiele und so. Finde ich auch echt cool. Reinhard, ich schicke dir jetzt hier einfach nur den Link rein, guck mal, damit du den Playlist-Link hast. Übrigens, für alle, die das nicht wissen, in der Infobox, und da habe ich den mir jetzt nämlich auch rausgeholt, das kopiere ich mir mal wieder, in der Infobox packe ich eigentlich immer die Links rein. Also, da sind die normalerweise drin. Wenn ihr hier reinguckt, also, ich habe jetzt hier eine Folge einfach aufgemacht, da, wo du drunter kommentiert hattest, ne, und da ist das dann Toy Story 3 komplett. Das ist der Link. Also, ich habe das eigentlich immer in der Infobox drin. Hoffe ich. Oh Gott, außer ich habe es irgendwo vergessen. Miii. Aber, ja. Oh, Walkie Talkie von Spongebob will ich auch. Das ist ja cool. Das finde ich ja lustig. Hi, Hans Wurst. Übrigens, ja, ich habe das, ich spiele das hier jetzt ja auch das zweite Mal oder ich habe Life is Strange zweimal gespielt. Einmal habe ich ja die Entscheidung getroffen und das andere Mal haben die Zuschauer, weil es war ein Livestream, die Entscheidung getroffen und Life is Strange ist tatsächlich eins der besten Spiele, die ich kenne. Gebe ich dir vollkommen recht. Der letzte Kommentar für heute, weil ein Blick zur Uhr sagt mir, ich bin schon wieder echt, ich überziehe immer so. Hi, da mal, ich wollte dich fragen, ob du mir helfen kannst. OBS, es leckt so, ne? Ja, ich hoffe, ich kann dir da helfen. Pass mal auf, ich werde dir ich nehme jetzt nämlich übrigens auch gerade mit OBS auf, da kann ich dir natürlich nicht viel zeigen. Ah, das ist deprimierend. Doch, pass auf, ich gucke mal, ob ich dir das zeigen kann. Achte einfach nicht drauf, dass man das hier doppelt sieht. Ich mache jetzt auch mal ein bisschen größer. Ich will nur hier in die Einstellung gehen. Guck mal, du musst hier in die Einstellung gehen bei OBS. Das irritiert mich immer, wenn man das doppelt sieht. Dann gehst du auf Ausgabe. Wenn du hier oben auf Erweitert gehst, ne? Dann gehst du nicht auf Streamen, sondern auf Aufnehmen. Und dann hast du hier eine Bitrate, ne? Ich habe da jetzt 100.000 eingetragen. Aber du kannst natürlich auch eine andere Bitrate nehmen, ist klar. Und umso höher das ist, umso mehr hast du die Wahrscheinlichkeit, dass das ruckelt. Das heißt, du kannst das, probier einfach mal aus, guck mal auf, was das bei dir steht. Das gilt das, was bei Aufnehmen steht, nicht bei Streamen, guck, da steht bei mir nur 1700, weil ich so ein schlechtes Internet habe. Aber beim Aufnehmen, da guck mal, was hier steht, bei Einstellung, Ausgabe, Bitrate. Und das stellst du runter. Nicht die Zahl, die drin steht, sondern du stellst das einfach ein bisschen runter. Und dann wirst du, wenn du das dann richtig eingestellt hast, wird es aufhören zu ruckeln. Da musst du ein bisschen ausprobieren. Das hängt nämlich sehr vom Computer ab, wie hoch man das stellen kann und wie hoch nicht. Und wenn du das machst, dann ruckelt es auch nicht mehr. So. Ich hoffe, ich konnte dir damit helfen. Ich hoffe. Und für Schneiden bin ich auch zu dusselig. Da musst du mal gucken. Also ich habe ja ein sehr teures Programm, I love zocken, aber mit Windows Movie Maker zum Beispiel geht es eigentlich ganz gut. Also das kriegst du garantiert auch hin, bin ich ganz sicher. Und das war es jetzt. Heute mit Kaffee, Kommis und Gelaber. Ich danke euch jetzt sehr fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns nächstes Mal auch wiedersehen. Bis dahin, alles Liebe euch. Ciao, ciao. Deine Damakash. We'll stick together. Everything is alright With you by my side We won't say goodbye We'll stick together. We'll stick together.